Jurassica Parker Late Night Paillette geht immer! Die große Jubiläumsshow zum Dreijährigen am 6.1. Matteo von Culture Candela J. Pearl Baker von The Voice of Germany 2017 Sheila Wolff von der Woodville Bullesque Revue aus dem Winterraten Varieté Kaiser & Plain aus dem BKR Theater Natürlich Ryan Stecken von DSDS 2014 und 2016 Meine Frisöse Barbara Bock aus dem Salon Nonsens von Attraktiv das Star Magazin Gitti Reinhardt, meine Nachbarin und Co-Moderatorin beim Mücken gucken am Donnerswoch Meine Tochter Jackie O. Weinhaus von der TFD Travesti für Deutschland Tickets gibt es auf der BKR Theater Webseite Ich freue mich wahnsinnig auf euch, erscheint zahlreich Es wird sich lohnen Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal